UNTERTITELUNG Unzählige Leben vermischen sich, bilden ein dichtes Netz aus Beziehungen und Situationen, Wünsche und Reue. Pläne Loyalitäten Als Beobachter im Schatten erfährt 47 oft die intimsten Geheimnisse. Wissen, das sich oft als nützlich erwatzt. Und ihnen zum Vorteil gereicht. Sie werden ein unsichtbarer Teil im Leben dieser Menschen. Und natürlich im Tod. Immerhin gehört auch der Tod zum Leben. Nächstes Mal schließen wir unsere Vorstellung von Absolution ab. Also spielen sie die Sniper-Challenge. Damit sie am 20. November bereit sind. Die Sniper-Challenge Die Sniper-Challenge Die Sniper-Challenge Die Sniper-Challenge Vielen Dank.